Gut, dann gehst du halt arbeiten. Aber versuch bitte nicht, den ganzen Tag an diesen Unfug zu denken. Du drehst noch durch. Ist das hier das Büro von Herrn Biedert? Ja, aber Herr Biedert ist in einer Besprechung im Nebenhaus. Was wollt ihr denn von ihm? Ah. Baubüro Biedert, mein Name ist Martens. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Biedert. Ja, die Unzulange habe ich hier. Ja gut, ich bringe Sie gleich rüber. Tut mir leid, Kinder, aber ich habe zu tun. Vielleicht könnt ihr ja am Montag wiederkommen. Frau Martens, wir wollen ja gar nicht zu Ihrem Chef. Wir sind hier mit seinem Sohn verabredet. Wir sind nämlich Freunde von Georg. Ach so ist das. KLM-Olanda航空 952-BIN マドリッド行きのお客様は yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020